Aber Sie sind doch drei Schwestern. Ich erinnere mich, drei kleine Mädchen. Ihrer Gesichter entziehen ich mich nicht mehr, aber daran, dass Ihr Vater, Oberst Prosorov, drei kleine Mädchen hat, erinnere ich mich genau. Ich habe Sie mit eigenen Augen gesehen. Wie die Zeit vergeht. Tja, wie die Zeit vergeht. Alexander Ignatiewicz ist aus Moskau. Aus Moskau? Sie sind aus Moskau? Ja. Ihr seliger Vater war der Patriechef. Und ich war Offizier in derselben Brigade. Auf Ihr Gesicht glaube ich, mich ein wenig zu besinnen. Ich kann mich Ihrer nicht erinnern. Olga, Olga, so komm doch. Es stellt sich heraus, dass Oberstleutnant Vershinin aus Moskau ist. Also Sie sind Olga, Sergejevna, die Älteste. Dann sind Sie Maria. Und Sie, Irina, die Jüngste. Sie sind aus Moskau? Ja. Ich besuchte dort die Schule, begann dort meinen Dienst und diente jahrelang in Moskau, bis ich endlich hier eine Patrie bekam und hierher übersiedelt bin, wie Sie sehen. Eigentlich erinnere ich mich Ihrer nicht mehr. Ich weiß nur, dass es drei Schwestern waren. Ihr Vater hat sich in meiner Erinnerung erhalten. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich ihn wie lebendig vor mir. Ich sehe ihn wie원이. Euro-Bundes Gott Gim Gott Weißt Gott